Herzlich Willkommen im neuen Jahr und beim ersten in dieser Form einzigartigen oder zumindest Premierenvortrag. Ich habe ja letztes Jahr diesen Vortrag Astrologische und Mediale Tendenzen live gehalten und da waren ja fast 20 Leute da bei mir im Kursraum und heute geht es halt einmal virtuell zur Sache. Der Vorteil ist, es bleiben euch meine Flipchart Versuche, Schreibversuche erspart, weil das alles digital vorbereitet ist. Das heißt, es wird nicht schwer zu entziffern sein das Ganze und alle die jetzt glauben, es ist nur zum Zuhören, also es gibt ein paar Schautafeln schon auch, also könnt ihr vielleicht dann auch zum Bildschirm hinschauen ab und zu. Ist nicht tragisch, es geht auch ohne, aber zur Orientierung. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die ich eben normalerweise sonst aufschreiben würde bzw. sonst in einem Handout drinnen wären. Ja, astrologische, mediale Tendenzen. Schauen wir einfach einmal, was uns heute erwartet bzw. was am Programm steht. Wir haben eine kurze Einleitung vor uns, dann eine Einführung ins astrologische Denken. Dann schauen wir uns natürlich die astrologischen Aspekte an des kommenden Jahres. Dann werden wir noch einen Blick durch die Tarotkarten aufs Jahr 2021 werfen. Danach noch mit den Mitteln der Numerologie das Jahr 2021 beleuchten. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten, drei Methoden, um da jetzt wirklich einmal eine energetische Neigung, energetische Tendenzen zu spüren und so ein vielleicht umfassenderes Bild dieses neuen Jahres zu bekommen. Und last but not least, was bedeutet denn das alles für mich selber? Denn es ist zwar gut und schön zu sagen, ja, da ist das im Gange und da tut sich jenes und da sind jene Planeten beisammen, aber spannend ist es doch letzten Endes, was ist für mich persönlich da so die Lektion, was kann ich mir da mitnehmen? Und das finde ich eigentlich so, ist auch ein sinnvoller Zugang, sowohl zur Astrologie als auch zum Tarot. Ich bin der Meinung, dass eine astrologische Grundbildung durch das, dass die Astrologie uns ja schon seit Jahrhunderten begleitet in der Menschheitsgeschichte und eine Beschäftigung damit macht durchaus Sinn. Erstens einmal ein bisschen so in ein anderes Denken zu kommen, es öffnet dir das Denken und es ermöglicht dir auch neue Horizonte. Es geht weniger bei der Astrologie und auch beim Tarot jetzt darum zu sagen, man muss jetzt irgendetwas vorhersagen können oder die Bestimmung herausfinden. Das ist eher so die traditionelle alte Astrologie, von der man dann abgewichen ist und heutzutage schaut man sich eher so an, was wehst in mir, was habe ich denn für Charakterzüge, was habe ich denn für Stärken, für Schwächen in mir, wenn man es noch nicht so spürt und wie kann ich mit diesen Tendenzen arbeiten? Und genauso ist natürlich auch so ein astrologischer Blick ins neue Jahr zu verstehen. Das heißt, was für Energien warten auf mich und wie kann ich vielleicht mit diesen Aufgaben, mit denen ich konfrontiert werde, dann am besten umgehen? Ich werde natürlich diese Dinge auch interpretieren und ich werde die Sachen auf meine Art und Weise interpretieren. Das heißt, es wird wahrscheinlich jeder, der medial arbeitet und jeder, der mit Astrologie arbeitet, seinen eigenen Weg haben, die Sachen zu interpretieren. Das heißt, wenn ich da relativ konkrete Aussagen treffe, sind das meine Interpretationen und kommen von mir. Das ist jetzt kein Orakel oder keine Vorhersage. Ich liege zwar oft mal nicht ganz schlecht mit dem, was ich sage, aber ich habe natürlich auch nicht irgendwo geheim in einer Lade das Wissen, wie sich was entwickeln wird. Aber die Grundtendenzen, die Grundenergien, ich werde es euch eh auch zuerst neutral sagen und dann meine Interpretation dazu anbieten. Und die, die sich mit Astrologie auskennen, können da ja selber auch nochmal nachfühlen. Diese Grundtendenzen sind auf jeden Fall bestimmend für uns. Also noch einmal, es geht um eine Energie, die vorhanden ist. Es geht um eine Tendenz, eine Frequenz, die vorhanden ist. Und die versucht man halt dann auch, ob jetzt mit Tarot oder mit Astrologie herauszufiltern und dann zu schauen, wie komme ich denn durch diese Zeit, was kann ich denn in dieser Zeit am besten machen und umsetzen. Ja, gut, dann schaue ich gleich mal. So, gut, wunderbar. Dann schauen wir gleich einmal ein bisschen in dieses astrologische Denken mit rein, noch einmal in dieses Analogie-Denken. Denn das ist eine andere Art zu denken astrologisch. Die Astrologie funktioniert ja nicht so, dass man sagt, ein Planet strahlt jetzt ein. Also der ist aktiv und ein Planet macht etwas, sondern ein Planet ist ein Symbol für etwas. Ein Symbol für einen gewissen Archetypus und dem werden dann gewisse Tendenzen zugeordnet. Also es geht jetzt nicht darum, wenn man sagt, ja Pluto ist, keine Ahnung, der Transformationsplanet oder der Planet, der einen zum Umdenken auch bringen soll. Das macht jetzt nicht der Pluto, sondern man sagt, Pluto steht für das. Genauso wie im Tarot, wo man sagt, eine Karte steht für etwas. Eine gewisse Symbolik, wir werden heute die Kelche sehen, steht zum Beispiel für Emotion grundsätzlich einmal. Und da kann man dann eben Ableitungen treffen. Und wenn wir jetzt in diesen Sternenhimmel schauen, dann ordnen wir quasi den Planeten, was wir sehen oder ihr im Hintergrund. Man schaut auf den Sternenhimmel und man sieht dann diese ganzen Lichter und man fragt sich dann, ja was bedeuten denn diese Lichter für mich? Und unsere Vorfahren haben dann in den Sternenhimmel geschaut und was wir auch als erstes sehen werden wahrscheinlich, wenn wir den Sternenhimmel betrachten oder den Himmel betrachten, wir werden merken, da läuft einmal die Sonne. Die geht an einem Punkt auf und geht an einem anderen Punkt unter. Und das kommt immer wieder. Das heißt, wir haben einen Tag-Nacht-Zyklus, den jeder von uns natürlich nachvollziehen kann, relativ schnell nachvollziehen kann, wo man merkt, da bewegt sich etwas. Und das sind auch so diese, diese großen Lichter, die Sonne und der Mond, die man so hernimmt. Das landläufig als Sternzeichen, was ist ein Sternzeichen, wenn man sagt, bekannte Zeichen, ist ja dann eben dieses Sonnenzeichen. Das heißt, das sagt ja nichts anderes aus, dein Sternzeichen oder dein Sonnenzeichen sagt ja nichts anderes aus, als du bist in einem gewissen Monat, in einer gewissen Zeit geboren worden. Denn dieser ganze Tierkreis ist ja letzten Endes ein Zeitenkreis. Also ihr habt es da rund um das E, habt ihr so einen Tierkreis stilisiert, aufgezeichnet. Und das ist ja nur ein Zeitenkreis. Und da geht es also um die Jahreszeiten. Genauso wie wir Frühling, Sommer, Herbst, Winter haben. Wir sind jetzt gerade in der Winterperiode, die hat mit dem 21. Dezember begonnen. Genauso ist eigentlich das Horoskop und der Tierkreis eigentlich aufgebaut als ein Zeit-, also ein Zeitenkreis, ein Jahreszeitenkreis, kann man sich so vorstellen. Und diese Archetypen, diese Sternzeichen, wie man so landläufig sagt, sind, man kann sich das vorstellen wie ein Band, wo die Sonne um die Erde läuft. Also wenn man jetzt von der Erde aus die Sonne betrachtet, hat man ja das Gefühl, die Sonne läuft um die Erde. Das weiß man natürlich jetzt, dass es nicht so ist. Aber das astrologische Weltbild war, die Sonne dreht sich um die Erde. Also wir betrachten von der Erde aus den Sternenhimmel und anhand dieser Bahn, dieses Bandes, wo sich die Sonne immer wieder um die Erde bewegt, sind dann die verschiedenen Tierkreiszeichen angebracht. Es sind zwölf Tierkreiszeichen und jedes Tierkreiszeichen hat, wie unser Jahr, in etwa einem Monat. Das fängt an so am 21. März, das ist so der Frühlingsbeginn. Also wir hatten jetzt 21. Dezember Winterbeginn, 21. März ist dann Frühlingsbeginn. Das heißt, wir haben so jedes Vierteljahr eine neue Jahreszeit und da gibt es dann auch die Entsprechungen im Tierkreis. Also das ist einmal ein Orientierungspunkt für Astrologen. Die nehmen also die Tierkreiszeichen her und diese Tierkreiszeichen nennt man Archetypen. Und so ein Archetypus hat die Eigenschaft, das kann man sich mal merken, wenn man möchte, dass man Aspekte dieses Archetypus in ganz vielen Dingen findet, aber dass der Archetypus an sich niemandem mehr zugeordnet werden kann. Das heißt, es gibt keinen Begriff mehr, wo man den Archetypus reinstecken könnte, sondern der Archetypus ist dann einzigartig in seiner Art. Um das astrologisch auszuführen, ein Rennwagen, eine Brennnessel, ein Messer, Kampf, Sport, Angriff, hat astrologisch dasselbe Prinzip in sich, nämlich das Widerprinzip, das Marsprinzip, das Prinzip des Kämpfens der reinen Energie. Und all diese Begriffe kann man also jetzt dem Widerprinzip zuordnen. Und da kommen wir dann auch schon ins Analogiedenken. Das heißt, ich sehe also einen Archetypus und dann einen Planeten, denn jeder Archetypus hat auch einen Planeten bzw. jeder Planet einen Archetypus. Ich habe gerade gesagt, Wider hat auch den Mars. Und das sind dann diese beweglichen Energien des Archetypus, die in jedem Geburtshoroskop und auch natürlich in jedem Jahreshoroskop individuell wieder anders laufen. Also setzt sich so eine Interpretation des Horoskops, vor allem eines mondanen Horoskops zusammen, aus der Stellung der Planeten und in welchen Zeichen, in welchen Archetypen diese Planeten stehen. Also so kann man sich das einmal vorstellen. So kommt man dann auch zu diesen Analysen. Und es gibt dann noch einen Schritt mehr, und zwar die Planeten stehen dann auch in gewissen Beziehungen zueinander, haben dann gewisse Aspekte, bilden gewisse Konstellationen, die dann noch einmal die Energie verfeinern bzw. verändern. Und mit dem beschäftigen wir uns heute. Und das Analogiedenken ist eben, dass ich eben nicht sage, okay, der Wider steht jetzt, also der Mars steht jetzt, keine Ahnung, auf 23 Grad Wider. Und das sagt mir jetzt mehr nicht, weil das wäre eine astronomische Angabe. Sondern das Analogiedenken bringt, also hilft dann eben, dass ich sage, ich setze das in eine gewisse Bilderwelt, in eine astrologische Sprache. Und die Kunstfertigkeit des Astrologen ist dann natürlich die Interpretation, um das dann wieder konkret zu deuten. Weil wenn ich sage, ja, Saturn, Jupiter sind jetzt zusammen, das wird uns, das wird vielleicht manchen was sagen, die sich damit beschäftigt haben. Aber man muss die Sprache dann schon sprechen. Aber sonst bringt die Aussage, einem selber eigentlich nichts. Das war auch das, was mich ganz lange von der Astrologie eigentlich abgehalten hat. Und ich gesagt habe, okay, es interessiert mich nicht, weil ich immer nur irgend so ein Planetenblabla gehört habe, mit dem ich persönlich nichts anfangen konnte. Erst als eine liebe Freundin von mir, die Sibylle Tomschi, mir immer wieder Klienten geschickt hatte und aus dem Horoskop raus exakte energetische Analysen eigentlich festgestellt hatte. Also das, was ich im Energiefeld sehen kann, wenn ich mit einem Klienten arbeite. Und das hat sich immer gedeckt. Und dann hatte ich noch ein paar so Erlebnisse mit anderen Astrologen. Habe ich mir gedacht, okay, spannend, da ist was dahinter, interessiert mich doch. Und dann habe ich es halt einmal mir auch zu Gemüte geführt und studiert und Ausbildung genossen. Und ich muss sagen, es hat mich wahnsinnig bereichert und ich finde, es gehört eigentlich zu einer gewissen Grundlage dazu, weil es mehr ist als nur diese T-Sud-Leserei und dieses, ich sehe, da kommt jetzt ein Mann zu dir und da wirst du ganz glücklich werden. Also diese Romanzen und dieses sehr profane Denken kann man da doch erweitern und das wollen wir heute natürlich auch machen. Ja, also das wäre mal so weit einmal zum Analogiedenken und zur Interpretation des Horoskops. Und jetzt steigen wir gleich einmal ein von diesen Interpretationsmöglichkeiten und schauen uns nämlich gleich mal eine ganz kuriose Sache an, die sich zugetragen hat. Nämlich genau am 21. Dezember. Ihr erinnert euch, das ist genau der Winterbeginn gewesen. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, was sich da getan hat. Und zwar kamen da, ihr seht das Rot eingekringelt. Jetzt sind wir dann bei der Astrologie-Fachsprache, aber vergesst das nur einmal, dass ihr es seht. Da sind der Jupiter und der Saturn. Der Pluto ist da jetzt noch ein bisschen mit im Kreis, den vergessen wir dabei einmal. Aber der rosa-rote Vierer da, das ist der Jupiter. Und das Kreuzerl mit dem Hackerl da, mit dem Schwanzerl dran, das ist im Prinzip der Saturn. Und wenn man sich das anschaut, der 21.12.2020 ist noch nicht so lange her. Das war vor dem großen Überfressen der Feiertage. Da sehen wir, dass die genau auf 0 Grad Wassermann, seht ihr da, Wassermann sind so diese gelben Linien, auf 0 Grad Wassermann haben die sich getroffen am Sternenhimmel. Haben eine sogenannte Konjunktion gebildet. Und da haben viele gesagt, oh, das ist jetzt der Anfang des Wassermann-Zeitalters, der wirkliche Anfang des Wassermann-Zeitalters. Und wenn ihr das schon mal gehört habt, ich bin, ich sage gleich mal dazu, also ich sehe das ein bisschen skeptisch. Erstens einmal, finde ich, hat das Wassermann-Zeitalter schon vorher begonnen. Aber was man sagen kann über diese Jupiter-Saturn-Konjunktion in einem Wassermann-Zeichen, also in einem Luftzeichen, Wassermann, das ist da so gelb, diese Linien, ist ein Luftzeichen, komme ich dann noch dazu. Da sagt man, das ist der Beginn des Luftzeitalters. Also das ist eine sogenannte Mutationskonjunktion, sagt man da. Die haben eine Konjunktion, die sind zusammen, der Saturn und der Jupiter. Und die kommen jetzt in einem neuen Element erstmalig zusammen. Und das Spannende ist, das passiert nur alle circa 200 Jahre, dass die das Element wechseln, der Jupiter und der Saturn. Man hat bei uns in den Nachrichten gehört, das ist der Stern von Bethlehem und der Weihnachtsstern. Und das läutet quasi dann eine neue Ära ein, nämlich das Luftzeitalter. Jetzt ist natürlich spannend, okay, Luftzeitalter, wenn man sagt, das wird jetzt eingeleitet, was hatten wir denn jetzt? Jetzt hatten wir ein Erdzeitalter. Und wenn ihr euch diesen Tierkreis da anschaut, den ihr da am Bildschirm habt, da habt ihr verschiedene Farben. Da habt ihr grüne Farben, da habt ihr rot, gelb und blau. Und diese Farben stehen für Elemente. Das heißt, der Tierkreis ist nicht nur in diese zwölf Zeichen eingeteilt, Tierkreiszeichen, sondern auch noch in Elemente. Die vier Elemente haben je drei Tierkreiszeichen. Die grünen Tierkreiszeichen, das ist das, was uns interessiert, sind die Erdzeichen. Das ist der Stier, die Jungfrau und der Steinbock. Und die gelben, und das interessiert uns auch, sind die Luftzeichen. Das ist die Waage, der Wassermann und der Zwilling. Wasser und Feuer, blau und rot, brauchen wir jetzt, derweil nicht so. So, jetzt hat es geheißen, okay, das ist also eine Mutationskonjunktion, und da ändert quasi ein Zeitalter, nämlich das Erdzeitalter und das nach 200 Jahren. Das heißt, wir haben uns 200 Jahre lang in einem Erdzeitalter befunden. Was bedeutet das? Erde ist vom Element her die Verfestigung, ist die Fixierung, ist das, was einfach fest sein möchte. Also da gibt es, da gibt es jetzt, da gibt es keine Flexibilität. Die Erde möchte einfach fixieren. Da will ich, um es ganz einfach zu sagen, mein Schrebergartel haben, meinen Zaun drumherum, da möchte ich mein Sparbuch haben, mein Sparverein, da möchte ich konkret was sehen, da möchte ich besitzen und den Besitz möchte ich auch sehen können und greifen können und halten können. Ich möchte hier was aufbauen. Die Erde ist einfach was, wo ich konkret etwas schaffen möchte. Und wir kommen jetzt von dieser sehr konkreten Ära in die Luft-Ära. Und da möchte ich gleich was Spannendes sagen, weil, und da widerspreche ich auch wieder sehr, sehr, sogar sehr prominenten Astrologen, aber ich bin jetzt mal so frei, ich darf mir das erlauben, weil die sagen, na und jetzt sind wir endgültig in der Luft-Epoche angekommen, weil Jupiter und Saturn eben gemeinsam in ein Luftzeichen gewechselt sind, nämlich in den Wassermann. Das stimmt so nicht, weil sie waren 1980 bereits, haben sie sich getroffen und zwar 1980 in der Waage und das ist eigentlich kardinale Luft. Also diese Luft-Epoche müsste eigentlich 1980 begonnen haben und nicht erst jetzt. Und wenn wir uns jetzt die Entwicklung von 1980 bis jetzt anschauen, dann kann man schon sagen, okay, da hat sich ja was getan. Luft, es wird was aufgelöst, Grenzen werden aufgelöst. Fällt uns vielleicht der Fall der Berliner Mauer ein, 1989. Oder das erste Smartphone, das war also das erste Smartphone nicht von Apple, das war fast zehn Jahre vorher, 1996 war das, ist das erste Smartphone rausgekommen, 2007 dann das iPhone. Also auch diese technologische, diese Kommunikationstechnologie hat sich irrsinnig verändert und das ist ein Zeichen der Luft. Weil bei der Luft geht es jetzt im Gegensatz zur Erdschwere, zu dem, was ich habe, was ich besitze, was meine Grenze ist, geht es in der Luft dadurch, was habe ich für Ideen, was habe ich für Begegnungen, wie gut kann ich mich vernetzen, wie gut kann ich mich austauschen. Das sind Themen der Luftepoche. Und wenn wir uns das anschauen, wie es ja das Internet geboomt hat, diese ganze Verbindung, dann muss ich sagen, ich finde eigentlich, dass 1980 schon dieser Sprung war, in so eine Wasserepoche rein und dass das eigentlich schon begonnen hat. Es sagen eben zwar jetzt alle, jetzt sind wir dann, Luftepoche, Entschuldigung, nicht Wasserepoche, es sagen zwar alle, wir sind jetzt erst in diese Luftepoche gekommen mit diesem Datum und das ist ganz klar, passt ja auch gut, wir haben eine Krise an der Backe und es kennt sich keiner aus und jetzt kommt noch dazu und jetzt kommt die Luftepoche und viele glauben ja, hurra, hurra, jetzt sind wir gerettet und alles ist gut und uns scheint bald allen die Sonne aus dem Hintern. Schauen wir mal, ob es so wird, ob wir das nicht relativieren können. Aber der Punkt ist der, wir sind also schon in dieser Phase seit 40 Jahren und es geht halt jetzt noch weiter. Wir sind halt jetzt in die Wassermann, in das nächste Prinzip eingetaucht. Wenn wir uns jetzt noch einmal ein bisschen, dass wir es verstehen können, denn das ist wichtig, dass wir das Prinzip Wassermann verstehen. Ich werde es jetzt noch einmal einblenden. Also, ihr habt da Jupiter, Saturn am Kringel, da habt ihr diesen Wassermann. Das sind so diese zwei Wasserlinien und Wassermann ist ein Luftzeichen. Das klingt jetzt vielleicht zuerst einmal verwirrend, weil es ja Wasser, wieso ist der Wassermann ein Luftzeichen? Aber letzten Endes ging es da eigentlich beim Wassermann nicht um diesen Wassermann, wie wir uns das vorstellen jetzt, der im Brunnen sitzt, sondern das war eigentlich ein Wasserträger und der Wasserträger hat einfach was gemacht. Er hat halt auch unter Anführungszeichen Wasser von A nach B gebracht, also auch irgendwo so Informationsvermittler, wenn man so möchte. Also das ist so die Ursprungsbedeutung des Wassermannes. Also es hatte nichts mit dem Wasser zu tun. Und wenn wir uns jetzt dieses Luftreieck anschauen, das Gelbe, das ist ausgeglichen, ist die Waage, dann gibt es eben Wassermann und Zwilling. Dann gibt es immer drei Phasen der Luft, der Erde, der Feuer, des Wassers und zwar so die Kardinale, die Fixe und die Flexible. Das ist jetzt nicht so wichtig. Interessant ist halt einfach nur, dass wir uns das merken von der Luft her, dass wir wissen, wo wir in etwa herkommen oder hinkommen jetzt. Ich habe gesagt, Element Luft, in den Luftzeichen geht es immer um Verbindung, Kommunikation, Austausch. Die Waage, das ist da, das ist ganz unten da, die Waage ist die Verbindung mit neuen Ideen oder mit Menschen, mit Romanze, mit Inspiration. Das ist so die Waage. Wer da kommt, was kommt auf mir zu, was begegnet mir? Ideen oder Menschen können dir begegnen. Also ganz konkret sind es Menschen oder halt geistig sind es Ideen. Im Wassermann und das, da wandern wir jetzt rein in diese Zeit, da wandern wir jetzt rein, will Altes und Neues verbunden werden und sich erneuern. Das heißt, das Alte, das Angestaubte will wegfallen und Neues möchte kommen. Und es soll alles gleich werden. Man hat da auch den Spruch der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, kann man dem Wassermann zuordnen. Das heißt, alles soll frei werden, alles soll gleich werden, alles soll zusammenwachsen. Man kann dem Wassermann auch sagen, die große Kreativität, der Künstler, der Visionär, aber auch der Forscher auf eine gewisse Art und Weise, der Zukunftsforscher. Also das ist so Wassermann. Auch die neue, moderne Technologie, die modernste Kommunikation, das ist auch eben Wassermann. Internet, die ganze Digitalisierung, das ist Wassermann. Und jetzt schauen wir noch weiter zum Zwilling, der ist dann da. Das letzte Prinzip des Luftprinzips geht es um die Kommunikation, Mitteilen von Informationen. Das wäre so klassisch der Lehrer, der Journalist, der Schriftsteller. Also das wären so Prinzipien, die so ganz klassisch für das Zwillingsprinzip stehen. Das heißt, das sind so die Luft, das ist das Element Luft im Tierkreis. Sobald man was mit Luft zu tun hat, hat man etwas mit Verbindung, Kommunikation zu tun. Und beim Wassermann, wenn wir jetzt dieses haben, dieses Freiheiten, dieses Angleichen, dieses Ausgleichen auch dabei hat, dann kann man vielleicht auch so Bewegungen wie zum Beispiel die Black Lives Matter, die wahrscheinlich Wassermännisch eher die All Lives Matter eher wäre, kann man das vielleicht besser verstehen. Das passt sehr gut in die Zeit. Und dann natürlich auch die Verschiebung der Geschlechterrollen. Also dass man so viele, dass man eher so dieses Asexuelle, also alles ist gleich, dass diese Anpassung, dieses Androgyne auch ganz stark kommt, das passt in diese Zeit rein. Und natürlich ist auch die Diskussion um die Beschränkung unserer persönlichen Freiheit sehr, sehr gut und passt absolut in diese Wassermann-Periode rein. Was auch reinkommt beim Wassermann noch und bei der Luft, ist allerdings auch die Hochtechnologie und das Ablösen der Empathie im Wassermann. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Persönliche nicht mehr so zählt, also das Du und Du, sondern dass wir eine Distanz haben, aber in dieser Distanz sind wir dann gleich. Da gibt es kein großes Auf und Ab mehr von Gefühlen, sondern da sind wir eher gleich. Das ist eher die Distanz von Gefühlen und kann auch zu einer gewissen emotionalen Kühle führen, weil ich halt relativ schnell was abschalten kann, was wegschalten kann. Und da muss ich auch eben Kolleginnen und Kollegen widersprechen, die dann sagen, na und Wassermann und jetzt sind wir alle miteinander verbunden und lieben uns alle. Also es ist für mich kein reines Licht- und Liebeprinzip. Sondern es hat Vor- und Nachteile wie jeder Aspekt. Also es gibt bei jedem Archetypen Licht- und Schattenseiten und man muss halt einfach schauen, welche Prinzipien dieser Wassermann-Energie unterstützen mich, welche machen mir Angst, wo habe ich vielleicht Themen damit, wo kann ich mir was rausnehmen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was bedeutet das. Das heißt, es ist jetzt anscheinend, nehmen wir es einfach mal so hin, von der Erde sind wir jetzt ins Luftzeitalter gewechselt. Ob jetzt seit 1980 oder seit 2020, ist ja jetzt egal. Wir sind im Luftzeitalter. Und wir merken eben schon diese Umbrüche. Das Konkrete wird immer weniger wert. Dieser konkrete Besitz kriegt immer weniger wert. Aktien, Märkte, Rechnereien haben nichts mehr mit einer Realwirtschaft zu tun. Kreditgebungen haben nichts mehr mit wirklichem Geld zu tun. Das sind nur mehr Zahlen in einem Computer. Also da merkt man schon, dass es da eine Veränderung gibt. Aber jetzt schauen wir uns einfach einmal so diese astrologischen Aspekte an, die uns jetzt 2021 begleiten werden. Und vielleicht auch ein bisschen noch auf 2020 zurückschauen. Wir schauen uns jetzt einmal diese Big Player an, 2021. So, Trommelwirbel. Jetzt ist schon ein bisschen lesbarer das Ganze, dass man so diese, dass man nicht nur jetzt den Radix sieht und da verwirrt ist. Also grundsätzlich wird es einmal darum gehen, aber keine Angst, ich zeige euch den Radix auch noch. Grundsätzlich wird es darum gehen, wir haben diese fünf großen Schicksalsplaneten, sagt man, ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben den Pluto im Steinbock stehen, wir haben Saturn, Jupiter im Wassermann, wir haben Uranus im Stier und wir haben Neptun in Fische stehen. Das sind einmal unsere Big Player 2021. Und die laden heuer zum Tanz ein. Saturn, Pluto haben wir letztes Jahr gespürt, da waren nämlich beide noch im Steinbock. Da waren der Saturn und der Pluto zusammen und da hatten wir ja diese prickelnde Erfahrung des Lockdowns und des Eingesperrtseins, was wir jetzt auch wieder haben. Zwar nicht mehr so wild, wie es zu Beginn war, aber dieser Lockdown ist da und das ist eben so diese Energie gewesen dieses Jahres, dieses statische, feststeckende, die Autorität, die von außen kommt und die uns eigentlich auch in der persönlichen Freiheit einschränkt. Und wie gesagt, jetzt sind ja Saturn, Jupiter sind ja jetzt in den Wassermann gewandert und da muss man sagen, der Steinbock selber ist ja noch ein Erdzeichen. Also Steinbock ist Prinzip Erde, ist die Regel, ist das Gesetz, ist die Struktur, ist die Bestimmung. Und da ist jetzt Saturn rausgewandert, zusammen mit dem Jupiter, eben in das luftigere Zeichen in den Wassermann. Wo viele sagen, ja das gibt jetzt die großartige Erlösung. Der Pluto, der ist ein bisschen ein langsamerer Kollege, der bleibt noch ein bisschen im Steinbock, zu dem kommen wir noch. Jetzt schauen wir uns einmal an, was sind denn bitte Jupiter und Saturn, und was bedeutet denn das für uns? Und da schauen wir uns kurz einmal diesen Radix an. So, ihr seht jetzt da unten das Wassermannzeichen, wir haben Jupiter, Saturn, da im Wassermann stehen, das ist jetzt der Jänner, ihr seht, die sind ein bisschen weitergewandert schon. Aber was bedeutet das jetzt? Saturn steht für Regeln, steht für die Bestimmung. Ein Bild für Saturn wäre der Richter oder der Oberlehrer, der Dudufinger, das darfst du, das darfst du nicht. Also der Lehrer, der Richter und der Bestimmer sind mit dem Jupiter zusammen auf der Reise. Und wer ist der Jupiter? Ja, den kann man sich vorstellen als den Optimisten, den Religiösen, den Sinnsucher. Also stellt sich einem vor, der sagt, ah das passt schon und ich möchte den tieferen Sinn von allem erfahren. Also das ist ein bisschen so der Philosoph. Und eben der so zum Religiösen neigt. Die zwei sind jetzt zusammen. Also ergeben eine Mischenergie und das im Zeichen des Wassermanns. Und der Wassermann ist der Exzentriker, der Revolutionär und der Freigeist. So, und jetzt kommen wir zur astrologischen Interpretation. Was heißt das jetzt? Also wir haben den Richter in Verbindung mit den Religiösen und das im Zeichen des Exzentrikers oder des Revolutionärs. Ich nehme es euch ab, aber ihr könnt ja auch ein paar Gedankenspiele dazu haben. Saturn-Jupiter deutet auf jeden Fall auf ein gewisses Frustrationspotenzial hin. Kann man sich vorstellen, der eine hält fest, der andere will weiter. Also das ist eine gewisse Spannung. Und zwar kann man sagen, dass die Realität der Saturn nicht der Vorstellung, also dem Jupiter entspricht. Die Realität entspricht nicht der Vorstellung. Und das ist eine ganz doofe Konstellation, wenn man jetzt auf Sinnsuche gehen möchte. Da wirst du wahrscheinlich frustriert scheitern. Also diese Konstellation kann man sagen, es bedeutet, Wachstum ist nur in kleinen Schritten momentan möglich. Und was bedeutet das jetzt in der Kombination mit dem Wassermann? Ich habe das gleich freier interpretiert. Ich würde sagen, die Politik verlässt sich sehr auf die Wissenschaft. Und ich finde, das kann man ja gut beobachten. Es geht nur um Statistiken, um Zahlen, um die Medizin. Gleichzeitig kommt der Geist dazu, wir sollen alle gleich werden. Man könnte sagen, vielleicht ist das schon ein bisschen eine Idee für diese Impfung. Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, dieser Saturn, Jupiter, dann kann man auch sagen, es gibt natürlich einen gewissen Umbruch und eine gewisse Beweglichkeit kommt da schon rein. Also es ist nicht mehr so stabil alles, wie es letztes Jahr war. Das heißt, es wird schon ein bisschen beweglicher, die Sache. Und man könnte auch sagen, es wendet sich alles mehr der modernen Kommunikation zu. Also Apps, Überwachung, der gläserne Mensch werden immer mehr der Realität angehören. und dahin geht auch die Entwicklung weiter im kommenden Jahr. Und man wird aber durch das, dass eben der Saturn nicht so stabil steht, auch immer mehr Gegenwind und kritische Stimmen hören. Also vielleicht hinteren frägt man auch mehr, vielleicht wird auch mehr diese Wissenschaft, die Politik, vielleicht wird das noch mehr hinterfragt, die ganze Geschichte. Also das könnte man einmal so deuten. Und jetzt kommt noch was Spannendes dazu, zu der ganzen Geschichte. Ihr seht da ja noch einen zweiten roten Kringel am Bildschirm und da ist so dieser Uranus im Stier. Das ist so dieser türkise Planet mit einem Pfeil nach oben. Der steht da im Stier und der hat da ein Quadrat hin zum Saturn eigentlich. So, jetzt schalte ich euch das einmal um und schauen wir mal noch einmal zu diesem Big Player an rüber. Also, wir haben Saturn, Jupiter im Wassermann, haben wir gerade gesprochen und jetzt Uranus im Stier. Und jetzt kommt was wirklich Spannendes astrologisch gesehen. Der Uranus wird ja dem Wassermann zugeordnet. Das heißt, der Uranus ist Vertreter des Wassermann-Prinzips und der steht jetzt und wir merken uns Wassermann-Prinzip der Revoluzer, der, ein bisschen der, der gerne mal dagegen spricht und der, der gerne mal ein bisschen außergewöhnlich ist, der Extravagante, dem relativ schnell fahrt wird, der immer was Neues braucht. Der steht jetzt im Stier und Stier ist so ziemlich das erdigste, materiellste Haus im Tierkreis, das es überhaupt gibt. Das heißt, beim Stier geht es wirklich ums Bankkonto, ums Schnitzel, um einen Schweinsbraten, um einen Schrebergarten. Also um das geht es, was ich da habe. Und da steht jetzt der Uranus drinnen. Und so kann man sich schon vorstellen, da kriegen wir schon eine doppelte Veränderungsdynamik von dem, was wir kennen. Wir haben einmal die Transformation ganz konkret mit Uranus im Stier. Der ist da sieben Jahre drinnen. Also 2018 ist er reingekommen bis 2025. Also Uranus wird den Stier verändern. Das heißt, der wird das Volk verändern, der wird unsere Geselligkeit verändern, der wird unsere Werte verändern. Da kann man natürlich so Stichworte wie Währungsreform in den Haus stellen, in den Raum stellen. Der wird auf jeden Fall die Art unseres sozialen Zusammenseins auch verändern. Und dann ist eben der Saturn, der Richter, der Gesetzesgeber, ist in den Wassermann reingekommen, wo man sagt, auch unsere Regeln werden eigentlich verändert werden. Also unsere Gesetze werden immer mehr verändert werden. Das heißt, wir haben eine große, große Veränderungsdynamik. Also wie gesagt, der Stier steht für das Volk, für die materiellen Güter, für unser Wertesystem, die Geselligkeit und das gesellige Zusammenleben. Und da ist genau der Umbruch drinnen. Und das bedeutet, dass wir bis 2025 einen enormen Wertewandel erleben werden. Und ich habe schon die Währungsreform angesprochen und auch das gesellschaftliche Zusammensein. Meine Interpretation ist eben eine Wechselwirkung der Prinzipien Uranus-Saturn. Und das bedeutet eigentlich auch, dass eine Form zerbricht. Also etwas Altes zerbricht, wird neu geschaffen. Und meiner Meinung nach geht es da um soziale Distanz, das Akzeptieren von Eingriffen in die persönliche Freiheit, zur Erhaltung idealistischer Ziele wie einem Slogan Gesundheit oder Sicherheit für alle. Das soziale Zusammensein wird gewandelt. Orte der Geselligkeit und der Zusammenkunft werden immer mehr verwandelt oder verschwinden völlig. Meine Interpretation ist, dass die gutbürgerliche Küche, das Kaffeehaus, der Wirt sich wandeln wird oder muss und wahrscheinlich, das ist jetzt eine Theorie, es nur mehr hochpreisige Spitzengastronomie oder ganz schnelles To-Go-Essen geben wird. Also dieses Mittelständische. Das, was wir gewohnt sind, glaube ich, wird wegbrechen die nächsten Jahre oder sich sehr ausdünnen. Auch das klassische, eben dieses klassische Kaffeehaus. Es wird sich auch das Verständnis und der Ausdruck der Kultur kann man sich so vorstellen. Wir haben es ja jetzt schon erlebt, dass ganz viele Kinofilme zum Beispiel direkt auf Streaming-Plattformen kommen. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Warner zum Beispiel hat jetzt angekündigt, dass ein ganz großes Studio hat angekündigt, sämtliche Kinostarts 2021 und da reden wir von Titeln wie Wonder Woman ist jetzt schon in Amerika rausgekommen, Dune, der neue Matrix-Film, also ganz große Titel, dass diese Filme direkt mit dem Kinostart ins Stream übergehen. Das heißt, man kann sich den daheim dann schon kaufen und auch daheim anschauen und das wird wahrscheinlich für die Kinobranche ganz, ganz große Einbußen machen und diese Landschaft auch sehr verändern. Denn auch weitere Studios ziehen danach. Und ich denke auch, dass sich die Formen des Theaters und der Unterhaltung einfach wandeln werden und immer mehr eben auch ins Digitale reinkommen. Und es wird auch diskutiert, also eine Abschaffung des Bargelds hin zu einer digitalen Währung ist ein Thema und ist unter diesem Vorzeichen sehr wahrscheinlich und das wird uns auch weiter begleiten bis 2025. Also ist ja auch der Uranus noch im Stier, also ich halte es für sehr wahrscheinlich. Man könnte sich vorstellen, dass vielleicht sogar eine globale Kryptowährung eingeführt wird und dass die regionalen Währungen wegfallen. Also sowas könnte ich mir vorstellen, das kommen könnte. Wir werden das jetzt noch nicht direkt dieses Jahr spüren, aber wie gesagt, es könnte eben durch Inflationen oder Währungsumstellungen schon in diese Richtung gehen. Also die Vorzeichen dafür hätten wir da. Als Slogan würde ich sagen, dass das analoge Greifbare immer mehr durchs Digitale, durch die Hochtechnologie abgelöst wird. Und wie gesagt, das ist jetzt, das ist halt neu. Das muss nicht schlimm sein, aber das ist halt neu. Und unter dieser Konstellation kann es auch ganz konkret zu Naturkatastrophen kommen oder auch neue Flüchtlingswellen können da kommen. Also eine neue Völkerwanderung ist unter diesem Vorzeichen auch möglich. Auch das ist nicht schlimm. Mein Gott, da wälzt sich das halt alles mal rum und rüber. Ja, also das wären so die Möglichkeiten, die wir da haben. Und noch einmal, auch wenn ich sage, jetzt Völkerwanderung, Flüchtlingswelle, dann heißt es nicht, dass das schlecht sein muss. Aber man kann solche Tendenzen nicht mehr mit unserem erdschweren Kapitalismus, den wir bis jetzt gelebt haben, oder unserem Steuersystem, das können wir so natürlich nicht mehr stemmen. Es gehören einfach neue Konzepte her in dieser Zeit und bis diese Konzepte da sind, wird es turbulent und wir werden eine stetige Auf- und Ab-Bewegung da erleben. Und bei diesem Auf- und Ab ist es auch schwierig, weil wer in so einer Zeit und vor allem 2021 außen einen Sinn sucht, das heißt in dem, was ich sehe, was ich erfahre, was ich gesellschaftlich mitkriege, von den Nachrichten mitkriege, der wird verzweifeln. Also es wird keine einfachen Lösungen oder schnelle Antworten mehr geben auf die Fragen. Man ist dazu aufgerufen, in sich selbst klar zu sein und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Also das ist ganz ein großer Punkt, komme ich später nochmal dazu. Ja, dann schauen wir uns nochmal das an, den Uranus im Stier. Im Februar kommt dann nämlich auch noch der Mars zum Uranus dazu. Und da ist dann eben, wie gesagt, Mitte Februar Naturkatastrophen, Unfälle sind da durchaus denkbar. Also das kann in diese Richtung reingehen. Es ist auch denkbar, dass zum Beispiel Maßnahmen beschlossen werden von der Regierung, dass die Menschen noch mehr spalten oder sich aufheben und also entweder sie spalten sich und streiten herum und es gibt mehr Uneinigkeit oder es wird womöglich sogar ein neuer Lockdown Februar, März herum verordnet oder eine Verlängerung des Lockdowns, das dann zu einem gewissen Gegenwind führt in der Bevölkerung. Also Februar, März, es ist dieses erste Quartal, ist wirklich turbulent, ist wirklich aufgeladen und ich denke, wir stehen jetzt vor einem ersten turbulenten Jahr und jetzt kommt noch was Cooles dazu ab Mai und zwar ab Mai kommt da eine Konstellation dazu, die ich für sehr bemerkenswert halte und dann bilden nämlich der Neptun und der Pluto ein Sextil. Jetzt haben wir über Neptun noch nicht viel gehört und auch noch nicht viel über Pluto. und der Neptun kann man sich vorstellen, das ist der Dreizack, der Neptun ist der Träumer, ist der Heiler, ist eigentlich so ein bisschen, ich nenne ihn gern den Kiffer im Tierkreis, weil bei dem ist immer alles okay, es passt schon und wird schon und man träumt in den Tag hinein und der steht in seinem Heimathaus in den Fischen. Das ist so das Jenseitige, das ist so die Auflösung von allem Sein und der Kerl bildet dann eben mit dem Neptun, mit dem Pluto im Steinbock ein Sextil und der Pluto steht im Steinbock und der Pluto ist ein bisschen ein anderer Kollege jetzt als der Neptun, dem taugt es gar nicht so, ich zeige euch das mal. Wir haben da im kleinen Kreis den Neptun stehen, der ist so dieses Lille und der bildet eben dann zum Pluto das ist so der der weinrote Kreis mit dem der schon ein bisschen wie so ein Pfirsich ausschaut die bilden dann so eine Konstellation und der Pluto steht ja im Steinbock im Haus der Gesetze des Rechts und man kann den Pluto im Steinbock eben als Transformation als Stirb und Werde im Bereich der Regeln und Gesetze verändern ich habe allerdings sehr negativ ausgedrückt mehr Kulpa aber ich sehe es so habe ich den Pluto als Schändung des Rechtsstaates bezeichnet das ist allerdings Geschmackssache bleiben wir beim neutraleren Transformation des Rechts und der gibt jetzt mit Uranus dem großen Heiler und Träumer eine Konstellation und die würde ich deuten als Missbrauch sozialer Einrichtungen für persönliche Agenden der Pluto hat immer einen Plan der Pluto hat immer eine gewisse Agenda hinter sich also man muss sich das so vorstellen der Pluto hat ein Konzept der will wohin der möchte etwas erreichen und das kommt eben auf das soziale Konzept also jemand der ein Konzept hat der weiß wie er Menschen manipulieren kann das zu tun was er erreichen möchte der das könnte ab Mai passieren und das sehe ich dann wirklich so als einen ja also noch einmal ich sage es noch einmal der Missbrauch sozialer Einrichtungen für persönliche Agenda da könnte man sich vorstellen zum Beispiel das ungehinderte Zugang zur medizinischen Versorgung oder Teilnahme an sozialen Veranstaltungen oder der Genuss von Bildung oder Kinderbetreuung an gewisse Bedingungen die staatlich oder die von jemandem diktiert werden geknüpft werden und erste Anzeichen denke ich spürt man jetzt schon und im Mai kann sein dass diese Maßnahmen entweder durchgesetzt werden oder ganz offen diskutiert werden und relativ schamlos auch diskutiert werden also wir sehen das ist eine gewaltige Ballung und ein gewaltiges Transformationspotenzial das wir da haben und dieses Auf und Ab und das ist jetzt leider so wie in jeder Umbruchphase wird uns bis 2025 auch begleiten das heißt wir werden immer mal mehr mal weniger diese Themen spüren auch dieses Zusperren Freiheit weniger mal mehr das wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten und das ist noch überhaupt nicht ausgestanden und mal schauen wie weit das dann läuft aber grundsätzlich sind wir jetzt in einer Zeit des Wandels bis 2025 und das wird eben nächstes Jahr wird das was wir im Vorjahr an Steifheit hatten bricht jetzt auf und es wird im Außen irrsinnig chaotisch und es wird viel viel mehr einfach in Bewegung kommen das werden wir sehen wie gesagt ist nicht negativ ich sag dann nachher auch noch was dazu also man muss jetzt nicht gleich verzweifeln kommen wir mal zu etwas leichterem noch für das Jahr 2021 jetzt haben wir schon einiges gehört und zwar wann ist denn der Merkur im Jahr 2021 rückläufig Merkur rückläufig ist immer gut wenn man weiß dass man da keine großartigen Verträge schmiedet keine großen Anschaffungen macht dass man auch drauf schaut dass man sagt okay es kann mit der Kommunikation es kann ein bisschen zu Missverständnissen kommen also das sind so Phasen das sollte man eher nicht machen was weiß ich ein Haus kaufen oder einen neuen Vertrag unterschreiben und der Merkur rückläufig ist 2021 vom 30.01. bis 20.02. also 30.01. bis 20.02. 29.05. bis zum 22.06. und 27.09. bis 18.10. also da wie gesagt ein bisschen aufpassen auch bei der Betätigung von Maschinen aufpassen es kann sein dass da gewisse Probleme auftauchen werden so ich komme dann schon zur Konklusion ich verlasse aber jetzt kurz einmal das Feld der Astrologie und wende mich dem Tarot zu ich schaue ja immer das Jahr so von den Tendenzen auch an also auf mehrere Arten und eine weitere Art eben zu schauen was gibt es denn für Energien 2.21 ist eben durch das Tarot und da zeige ich euch jetzt gleich mal so das Kartenbild das sich da ergeben hat ich lege da immer drei Karten die mittlere ist immer so das gegenwärtige die linke Karte ist so das was was war wo was herkommt und die rechte Karte ist das wo es hingeht das ist so vom Rider Waite und wir haben da jetzt die 6 der Kelche die 8 der Kelche und den Buben der Münzen so jetzt komme ich noch einmal ganz kurz zu diesen Elementen zurück denn diese Elemente habe ich auch im Tarot wie im Tierkreis wir haben gehört wir sind jetzt in der Luft und jetzt haben wir im Tarot auch diese Elemente und zwar die Kelche die haben mit dem Element Wasser zu tun die sind mit dem Wasser in Verbindung und die Münzen sind mit der Erde in Verbindung also das kann man schon mal im Hinterkopf behalten also Kelche mit Wasser mit Gefühlen und die Münzen haben mit der Erde zu tun und jetzt schauen wir uns dieses Kartenbild noch einmal an so also wo kommt das Jahr her beziehungsweise was ist jetzt in der was ist da aus der Vergangenheit zu beachten und diese Karte sagt im Prinzip aus dass man Sentimentalität und Festhalten an alten Erinnerungen jetzt zu einem Leidensdruck führen würde und das wäre trügerisch an dem Alten festzuhalten es geht darum keine romantischen Träume der guten alten Zeit mehr zu hegen und dem hinterherzuweinen was vergangen ist sondern sich klarzumachen diese Zeit ist vorbei und sie ändert sich jetzt und du änderst dich mit der Zeit das bedeutet eben nicht dass das neue automatisch schlecht ist es ist einfach anders und man braucht keine Angst davor zu haben das sagt jetzt diese 6 der Kelche aus also ganz klar sei nicht sentimental schau nicht zu viel zurück denk nicht immer schön wäre es gewesen sondern schau einfach einmal eher nach vorne und dann schauen wir gleich zur Gegenwart weil es bleibt spannend und da haben wir diese 8 der Kelche was bedeutet das es ist eine Aufbruchskarte klar das sieht man da wandert einer dahin wir müssen Teile unserer gewohnten Lebenshaltungen Anschauungen und Gewohnheiten hinter uns lassen diese Karte deutet immer auf einen Wechsel hin einen Wechsel des Arbeitsplatzes der persönlichen Kontakte und einen Wechsel der Anschauungen also wir haben jetzt zweimal sei nicht sentimental schau nicht zurück du bist jetzt und das ist gegenwärtig in einer Zeit des Wandels ist so schon im Tarot drinnen finde ich ja spannend und die dritte Karte wo geht die Reise hin ist der Bube der Münzen das bedeutet neue Aufträge Chancen und Möglichkeiten bilden sich Fragen und Unsicherheiten können sich klären und man erhält auf beruflicher Ebene neue Aufträge und Impulse aber auch generell auf jeder Ebene nicht nur auf der beruflichen und das mythologische Bild zu dieser Karte ist der Faden der Ariadne der Tesaus aus dem Labyrinth des Minotaurus führte das heißt wir bekommen aus diesem Jahr aus einen gewissen Leitfaden eine gewisse Leitlinie wenn wir nicht zu sentimental sind übersetzt heißt das einfach für mich hängen nicht dem Alten nach es ist jetzt eine Zeit des Umbruchs es wird vieles wegfallen und Neues wird sich aber auftun und anhand von dem kannst du dich neu orientieren also das wäre so das Kartenbild für mich für dieses Jahr schauen wir es uns noch mal an dann könnt es noch mal wirken lassen grundsätzlich wenn man sich anschaut man sieht es wird meines Erachtens noch rein vom Kartenbild heller klarer also wenn man jetzt diese Bewegung von links nach rechts sieht kann man sagen okay das ist hinten ist es noch ein bisschen überladen ist es ein bisschen voll das Ganze dann beginnt jetzt eben so ein bisschen ich nenne jetzt mal die Diät das Loslassen von diesen Dingen und dann kommt eine neue Klarheit und auch eine neue Energie rein mit diesem Boom der Münzen also ich sehe es schon positiv auch wenn es jetzt natürlich noch ein bisschen drunter ja das wäre eigentlich so das Tarot Bild fürs 221 Jahr und jetzt kommen wir noch gleich machen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns das Ganze aus der Sicht der Numerologie an mit der Numerologie da deutet man ja die Zahlen so und da fangen wir jetzt gleich mal an mit so einer Quersumme also wie das funktioniert so bei der Numerologie man zählt im Prinzip jetzt die das wäre 2 plus 0 plus 2 plus 1 das ergibt die 5 und dann schauen wir uns einmal an was diese Zahl 5 bedeutet und ob ihr es glaubt oder nicht die Zahl 5 bedeutet Freiheit und das passt ja ganz gut jetzt zu diesem Wassermännischen wo wir sind und jetzt schauen wir uns einmal so Eigenschaften der Freiheit an weil das läuft mit das ist die Unabhängigkeit die Impulsivität die Neugier die Abenteuerlust die Flexibilität der Wille zur Veränderung aber auch Provokation Unverbindlichkeit Hemmungslosigkeit und Unzuverlässigkeit das sind so Eigenschaften der Freiheit so also nicht alles was frei ist ist unbedingt gut und aber wie gesagt also man kann nicht immer nur sagen ja die Freiheit ist jetzt automatisch gut Freiheit ist eben auch etwas wo ich eine starke Orientierung brauche da komme ich dann noch hin wenn ich jetzt sage 5 ich habe es da auf dem Zettel auch aber 5 wir haben auch 5 Finger an der Hand und da gibt es ein Bildnis aus der Kabbalah raus das dann sagt den Vieren also das sind so unsere vier diese vier Finger oder die vier Elemente oder das was eben das was erscheint den Vieren muss ein fünfter Finger gegenüberstehen nämlich der Daumen damit das einen Sinn macht das heißt die Hand bekommt erst durch den Daumen den Sinn dass wir etwas greifen können dass wir etwas bewegen können damit dazu braucht es den Daumen und in der Symbolik heißt es eben so diese Vielheit die Welt also das was aus den vier Elementen gemacht ist die Welt braucht Gott die ihm gegenübersteht damit die Welt einen Sinn macht das ist so das Bild aus der Kabbalah und das wäre so dieses Symbol der Hand mit den fünf also die vier Elemente wären ohne den fünften Sinn absolut sinnlos und ich habe euch da auch noch das Pentagramm diesen fünfzackigen Stern habe ich auch noch vorbereitet und das ist auch ein Symbol für das Christus Symbol wenn man es umdreht ist der Antichrist kennt ihr aber nach oben spitze nach oben wäre ein Symbol für das christliche und auch da sagt man das kommt auch aus dem hebräischen wenn man das tetragrammaton j he waf he das ist so dieser name gottes j waf he sind vier buchstaben und wenn man jetzt Jeschua oder Jesus hebräisch schreibt hat man j he schien war he das heißt man hat fünf buchstaben j he schien war es kommt also ein fünftes prinzip rein und das ist eben auch noch einmal so diese verbindung von oben und unten das ist also quasi dieser sinn und darum habe ich jetzt auch dieses pentagramm reingegeben also die Tendenz eindeutig ist die Freiheit aber auch in dieser Freiheit den Sinn zu finden und ich habe euch auch noch eine Tarotkarte hingegeben das ist hier fünf der hohe priester und der steht auch für inneren Sinn entwickeln tiefe religiöse Erfahrungen machen Glaubensgrundsätze und Wertvorstellungen überprüfen also das sind so im prinzip die die bereiche die wir haben also auch in der numerologie haben wir diese Freiheit dieser Aufbruch aber auch gleichzeitig damit verbunden eine gewisse Sinnsuche so konklusio ihr habt das fast geschafft keine angst was heißt das jetzt also es findet es findet 2021 und dann auch die nächsten jahre aber jetzt auch 2021 eine verschiebung statt die in deinem inneren durchgesetzt werden soll und man kann sich das als bild ganz gut vorstellen 2020 war es wichtig da waren die regeln und das strenge im außen da war das saturn noch ganz in der erde drinnen da war die regel da du darfst das und das darfst du nicht machen das heißt wir hatten eine sehr rigide ein sehr rigides umfeld sehr regelstark das war auch alles durchgesetzt und in dieser Zeit dass du in dir flexibel bleibst frei bleibst lustig bleibst heiter bleibst und schaust dass dich das alles nicht zu sehr berührt diese ganze du du im außen und gefahr im außen das war 2020 und 2021 dreht sich das um da haben wir im außen Kasperl Theater Chaos also den Uranus im außen den wir vorher in haben sollten und jetzt geht es eben darum dass ich sage außen wird es turbulenter es wird exzentrischer werden es wird unsicherer werden und du bist dazu aufgerufen in dir Klarheit und Struktur zu entwickeln das heißt entwickle deinen inneren Saturn etwas mehr man kann zum Beispiel sagen was genau brauche ich selber was brauche ich nicht was mache ich für mich was mache ich für andere was dient meinen zielen wo möchte ich denn hin was möchte ich denn erreichen was brauche ich auf meinem weg was sind meine werte das sind fragen die man sich beantworten sollte in dieser zeit und wie gesagt eine frage nach einem sinn die sich auf die äußere welt bezieht wird nur in frustration enden das heißt sobald du versuchst du schlägst die zeitung auf und lest und sagst was hat denn das für einen sinn vergiss es da kannst du dir gleich da kannst du dich gleich einweisen lassen oder die kugel geben das kannst du vergessen du wirst keinen sinn finden also die sinnsuche im außen wird in frustration enden in dir klar sein was möchte ich umsetzen was möchte ich erreichen das brauchst du jetzt 221 und dich nicht von irgendwelchen Horrormeldungen abstrecken lassen du finde deine Klarheit du finde deine Bestimmung deine Selbstbestimmung und richte dir dein Leben verflixt noch einmal so ein wie es deinem Wesen entspricht wie es deinen Werten wirklich entspricht und da kann dir niemand eine Antwort im Außen drauf geben und das ist eben ganz wichtig ja ich möchte es noch einmal sagen wir haben auch wenn ihr das lest 100 mal in den Zeitungen wir haben die Krise wir haben die Pandemie wir haben jene Krise dann irgendwann mal eine Wirtschaftskrise das sind alles individuelle Krisen es gibt nicht die eine Krise bestimme du ob du in einer Zeit der Krise lebst oder in einer Zeit der Chance ob du in einer Zeit der Möglichkeiten lebst oder in einer Zeit wo sich alle Tore schließen weil es halt gesagt wird es machen sich alle Tore zu und das ist meines Erachtens ganz ganz wichtig um durch 221 gut durch zu kommen bis auch zu 225 hin ja abschließend möchte ich sagen ich persönlich glaube nicht ich bin der ewige optimist aber ich glaube nicht dass es eine große hungernot hungersnot geben wird dass das große leiden kommen wird weil wir nehmen immer die erfahrungen von der letzten krise und projizieren die dann wieder in die zukunft ich glaube auch nicht dass das totale Überwachung statt kommen wird auch wenn das vielleicht versucht wird aller 1984 das wird sich alles einpegeln es wird alles relativiert werden und es wird auch weitergehen das Leben hört ja nicht auf und das einzige wesentliche aus meiner Sicht aus der Sicht der energetik ist auch und mit dem beschäftige ich mich halt ist letzten Endes die Lebensenergie fließt sie oder fließt sie nicht und ich war heute unterwegs mit dem Auto es war nicht so viel los aber die Ampeln waren witzigerweise alle rote jetzt hatte ich mal Zeit dass ich die Leute so ein bisschen beobachte auf der Straße und ganz viele Leute sind einfach irrsinnig verschoben sind nicht bei sich haben Ängste haben Sorgen sind verwirrt und das wird noch mehr werden und ich kann dir nur empfehlen und ans Herz legen schau dass du zur Ruhe kommst dass du klar bist dass du ganz klar für dich deine Ziele verfolgst es wird schon nicht das schlimmste passieren also keine Angst und mein Gott na es hätte theoretisch mit solchen Konstellationen genauso ein Asteroid auf die Erde plumpsen können und alles wäre ausgewiesen also insofern ist es eh nicht so schlimm gewesen jetzt haben wir halt mein Gott den Schnupfen aber grundsätzlich aber grundsätzlich es wird nicht so schlimm achte auf deine Energie achte drauf was stärkt dich was stabilisiert dich was gibt dir kraft was gibt dir würde und bleib deiner Energie bleib deinem Wesen letzten Endes treu das ist eigentlich so das wichtigste und damit möchte ich auch schon abschließen danke für die Aufmerksamkeit ich weiß es war jetzt irrsinnig viel Information wenn es noch Fragen gibt gerne schreiben oder einfach in die Kommentare schreiben ich wünsche dir auf jeden fall ein glorreiches 2021 dass du ganz viel für dich umsetzen kannst dass du ganz klar bei dir bleibst wenn du Hilfe brauchst samstags und mittwochs gibt es immer online meditationen hier bei mir und auch ansonsten gibt es auch am youtube channel genug geschichten die du immer wieder anschauen kannst oder sonst komm auf eine Sitzung oder einen Kurs vorbei es startet ja dann heuer eben eine Ausbildung so eine Grundausbildung astrologische Grundlagen und Tarot das findest du auf www.erani.com die ganzen Infos dazu falls du dich doch ein bisschen mehr in der Astrologie weiterbilden willst gut ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören alles Gute eine gute Zeit dein Oliver Berne mediale energetica tschüss baba ja Musik